Kau, 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 kau! Willkommen zurück zum Toge-Hörverfalle was wie Mario & Riech machen den 7. Castle! Oh mein Gott da werden wir Fels geben! Spiel mal den Pernodooie! Ja, spiel mal mit dem Ding. Warte, warte, warte! Ey, warte, warte! Ich mach die... Spillige Art. Warum kann Reginei diese... Nein, das war so schlau! Jetzt sind immer zu rot. Mein Bruder zu kleiner. Guck mal, wenn er kommt, wieder hochkommt. Komm her! Aber den Knochen trocken gebe ich keine Knochen. Die sind nur aus Knochen. Die sind magersüchtig deswegen, ne? Waren Wichis magersüchtig? Mach sie kalt! Oh je! Du! Ey, dort da! Warte! Nein! Warte! Ja! Wenn mir den Knochen trocken geholfen hätten, müssen wir den einen Knochen schäumen. Komm! Ja, nicht so... Oho! Oho! Wenn ich sie weggenommen hätte, wird es fehl. Nein! Wie fäng dich! So wie könnte sie beantworten? Du musst mal gegen diesen Idioten kämpfen. Du musst gegen diesen Idioten kämpfen. Okay, dann erstmal mit den Knochen. Verrück! Verrück! Ey, liege dich! Ich geh vor! Wie groß ist der Penis denn überhaupt? Und wo unten geht? Und wo unten geht? Wo unten gibt's Items, ne? Ey, guck mal! Neben mir! Fahr mit! Warte! Warte! Wie hast du's geschafft? Ohne zu wirbeln, glaube ich! Warte! Nicht nach weiter gehen! Nicht auf mich springen! Nicht! Lass es! Warte! Los, morfe mal' dich! Scheiße! Da unten? Da unten sind Paurops. Weiß knovers für mich. Lift … für mich? Toll Und GOOD! Kleiner? 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 Nein! Ich hasse die Stelle. Es geht. Komm her! Lass dich da holen! Warte! Warte! Komm her! Komm her! Ich will Jacky bis zum Stern! Nimm sie! Nicht weiter geh, du Trottel! Bleib stehen! Warum warte ich nicht? Jetzt warte! Warte! Du bist doch ein Trottel! Nein! Warum ist das alles weg, du Idiot? Nein! Warte, warte, warte! Großer geht vor! Einmal großer geht vor. Ja toll, nur einen. Und Doggy hat das nicht entdeckt. Ja, fast mit Vollrank. Der Bosskamp ist zu einfach. Der Bio ist zu Hardcore. Ah, das ist der! Ja, mach mal Scherz, was hat er gesagt. Du scherbst. Nee, das wär geil, ne? Aber es ist gut, dass wir nicht rausgeflogen sind. Noch nicht. Nein! Nein! Boah! Ja klar, ne? Seid so schlau! Komm her! Geh dir mal in die Ecke! Boah, was ein Schisser! Das mach ich! Du bist so doof! Ja klar! Geh weg! Boah, wenn du in die Blase gegangen wärst! Boah! Du bist so doof! Mann! Ja, er mischt! Mann, ey! Warum musst du noch weiter da gehen? Drück zwei! Ich bin so akku auf dich! Ich bin so akku auf dich! Wir haben Halbzeit! Pech! Mann, wir hätten es zum First 2 geschafft! Ich hatte so Herzinfarkt! Boah, du bist so doof! Mann! Guck mal, wir müssen die Hälfte der Scheiße weitermachen! Der... Warum nimmst du meinen ganzen Scheiß weg? Ich hab das nicht weggehalten! Natürlich! Warum bist du jetzt Eisblume? Mann, ich hab keinen Bock mehr! Geflankt! Wir sind eh mein Boss! Pech! Nein, sind wir nicht, du voll! Trottel! Ja, fick dich doch, du blöde Hammerbruder! Fuck you! Jetzt warte doch, du voll Trottel! Mann, ist der Aschidot! Ich weiß nicht auf dich! Du willst ja... Aber lass mich in die verfickte Ruhe! Du bist mein Boss! Du nimmst deinen Boss! Nein! Du wirst jetzt warten! Ich geh vor! Ich meine Eisblume! Okay? Ja! Weil ich weiß, wo... Wo man sich verstecken kann von dem Koks! Und dann ist das mein... Komm her! Dann ist das mein Tricks! Ja, was kann ich denn für Ränder dann fahren? Ja! Starkol! Ja! Ja! Fahr'n wir einfach mal richtig! Ja, ne! Ich geh vor! Vielleicht gibts eh noch! Ich geh vor! Ach so, ich dachte ich oder? Ach, geh schon mal so. Oh, Alter! Wie krass bist du denn? Eisbogen ist für mich. Da verstecken. Scheiße, es sah so aus, als könnte man sich da verstecken. Bleib da! Du! Und jetzt? Bei den nächsten Plattformen. Die brauchen wir nicht. Ich bin schon voll hoch. Ich warte hier. Pils ist für mich. Bleib schreien. Helfen bloß dich, bitte. Bitte, 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 bitte! Ich bin geroll! Nein, Mama! Ich hab' so'n Mama. Ich hab''s schon mal raus. Ich hab's schon mal raus. Ich hab's schon mal raus. Ach, ich hab's, wenn's Ludwig diese Dinger wirft. Der wirft? Er wirft so viel. Fuchs meine ich. Da griffeln wir uns. Er macht ja voll Er macht ja alles schnell Ein Strampelkno Scheife, Verrückung und Böse Böse Es wäre so einfach Jetzt abkratzen oder was, dann wäre es fehl Ja, weißt du noch, ich? Die wird so runtergeknallt Ja, am Ende ist die wird da runtergeknallt Aber wir haben es geschafft Zumindest Ja Okay Das erste Level der Lara wird sehen, sie ist bestimmt Okay Ciao Ciao, bis zum nächsten Mal Ja, 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 bis zum nächsten Mal